Ihr wollt wissen, warum ich hier Sachen lösche? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Und die Musik ändern. Das war nah dran. Gut. Ähm. Irgendwas muss am Montag passiert sein. Als ich am Montagabend in das Spiel reingehe, hat es aufgehört zu ruckeln. Normalerweise komme ich rein. Bevor ich mit euch rede, drehe ich mich einmal im Kreis, damit alles schon mal so ein bisschen vorgeladen ist. Aber jetzt ist das... Ich bin gerade reingegangen und ich kann mich sofort drehen und alles. Ähm. Ich bin ein bisschen happy. So. Fangen wir einmal an. Was passiert ist in der Zwischenzeit. Ich habe oben einen Deckel drauf gesetzt. Ich habe die Seite schon mal fertig. Ich habe mit dieser Seite hier schon mal angefangen. So ein paar Etagen. Aber wenigstens ist die Pfeiler schon mal dran. Ähm. Ja. Da unten wird Beton produziert. Das kommt hier rein. Ähm. Da ist eine ganze Menge, was produziert wird. Wir hatten hier einmal... Ähm. Da vorne sieht man schon die... Ähm. Wie heißt das Zeug? Wie heißt das Zeug? Wie heißt das Zeug? Wie heißt das Zeug? Ähm. Hier zwischen sind noch Stangen und, ähm, Platten und, äh, wie heißt das andere? Ähm. Wie heißt das andere? Ähm. Kombi aufbauen. Da haben wir eine ganze Menge. Und zwar. Ähm. 59 Stück. Also sagen wir mal 60. Ich den trug. Ah... Das heißt, wir machen. 10 von diesen. Wir machen 10 von diesen. Das passt nicht so ganz. Da muss man noch ein bisschen flexibel dran gehen. Aber damit haben wir wenigstens genug Material dabei. Ähm. Das hält sich auch alles relativ in Grenzen hier. die da vorne die so aussehen als wird da was rein und wieder rausgehen und das stimmt nicht hier stehen einfach nur scheiße wir brauchen dass das schon mal dass das schon mal davon aber nicht genug da genauso wie hier haben wir auch nicht genug da haben wir denn uns davon haben wir genug da das können wir schon mal holen so also ich wollte noch mal eine sache nachgucken und zwar stehe ich jetzt nein runter dahin heute einmal hierhin ich muss noch mal genau nach sehen wie viele jetzt die machen eisenstein macht auch eisenstein weil nach verdammt die zwei habe ich übersehen wurde ist ein bisschen ungünstig für meine berechnung weil da waren irgendwie sieben stück muss die zwei sind neun damit sind das hier 180 und da sind dann sieben und fünf sind zwölf dann haben wir nämlich zwei zu wenig davon zwölf mal 15 sind nur 180 ich bin auch von 210 aus dem das ist ungünstig macht es mir gerade ein bisschen schwierig die frage wäre ob ich diese zwei die hier laufen die ich auch bewusst umgedreht habe damit sie dahin gehen ob ich die nicht dann einfach um widme also um basteln anderes rezept rein und dann einmal in die andere richtung gehen das weil ich brauche definitiv 210 stangen und nur 100 was hatten waren 140 da ist noch ein bisschen da habe ich ein bisschen falsch geguckt das macht aber nichts nichts mehr hier unten über da kommt nichts raus kommt da wird raus da kommt auch nichts raus und eigentlich nicht da kommt da nichts mehr aus jetzt mal kurz dahin okay hier unten steht alles an okay also das sind noch mal so kleinigkeiten wo wir vielleicht noch mal ran müssen erstmal material wir haben hier unten definitiven punkt wo immer mal wieder was man sieht da vorne gibt immer mal wieder was in den schlund rein hier schredder wenn wir hier rüber ein bisschen eisen noch mal nachlegen ist nicht das problem wird oben ein bisschen übertaktet und gut ist jetzt zum beispiel auch eine möglichkeit die wir hätten für das eine band gucken wo es herkommt und dann schauen so du brauchst du brauchst ein bisschen mehr kollege die fünf brauchen wir definitiv nicht was wir noch brauchen sind die kollegen dahinten die stehen da davon brauchen wir 90 sind doofe zahlen besser dann haben wir auch schon alles was wir so brauchen und ja dann muss ich da unten mal überlegen aber das mache ich wenn ich es anschließe was ja nicht so ein problem ist ich habe mir hier schon mal gedacht ich schließe ja wobei am schließen sind ich packe hier schon mal so einen halbdeckel drauf ähm das ist diese taste wir fangen auf dieser seite an machen dann suchen oder habe ich nicht gerade gesagt so so erstmal darüber gucken wie weit wir müssen zwei fehlen noch genau so wir machen jetzt folgen folgendes wir ziehen das einfach hier die zehn rüber dann hoffe ich erstmal wir gucken jetzt erstmal wie weit wir hier mit kommen wenn wir diese platte haben dann fangen wir hier vorne an als erstes mit ähm können wir hier mit den 19 anfangen die wir brauchen macht das Sinn oder das macht Sinn irgendwie macht das bestimmt Sinn dann gucken wir mal wir brauchen einen Bauplan erstmal mit Input ähm der Input kommt so und dort rein ein bisschen gucken dass wir auch noch Platz haben aber das sieht eigentlich ganz gut aus und lassen wir das da lang laufen immer noch einen weiter so das gefällt mir das gefällt mir das ist damit ich da ist absolut nichts perfekt wir werden definitiv nicht damit das kann mit dem Platz äh zwei mehr drei 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 kriegen wir hintereinander ein vierter geht nicht aber wir haben da genug Platz das heißt Moment er sagt 19 ne wenn ich jetzt die andere Seite setze jetzt hätten wir uns hier so überlegt ähm so wäre gut dann haben wir das nämlich schön von der Größe her gucken wir mal eben jetzt haben wir ja hier vorne die erste zweimal dreier kommen die sind sechs danach kommen schon auf zwölf da sind wir bei 18 und wenn ich jetzt hingehe ich unter Logistikproduktion da so einen Kollegen diesen Kollegen hier hinten hinstelle dann sind wir bei 19 wir haben die Möglichkeit den Kollegen zu nehmen und haben dann noch die Möglichkeit weil das brauchen wir jetzt irgendwie hier so zwischengequetscht sich hier vorne hinzusetzen ist ja gar nicht das müsste ich da drauf machen das sieht doch gar nicht so doof aus dann hätten wir nämlich das schon mal wir machen den nochmal weg wir nehmen uns den und lassen ihn bitte in diese Richtung gucken danke sehr dann kommst du hier hin machst den und gehst dort rein so damit aber den Teil hier auf jeden Fall schon mal abgeschlossen das ist die erste Hälfte von unseren 100 also Hälfte ist relativ ne da kommen zwei das waren die 19 das ist super aus dem Teil kommt ein Drittel aus dem anderen das aus 13 von den Avarios besteht kommen zwei Drittel ähm faszinierende Technik wir wollen jetzt aber erstmal gucken dass wir ne Bauplan ist wieder falsch Logistik dass wir hier runter kommen so und das jetzt in der Hoffnung dass du hier reinläufst ok sogar schöner als gedacht das ist ja perfekt das sollte genau so sein ja herrlich so muss das sein dann können wir jetzt hingehen also das anschließen machen wir später dann schnappen wir uns jetzt direkt hier neben die nächste Runde die nächste Runde direkt hier neben und sagen Bauplan eigentlich wäre es ja bald besser wenn ich die so setzen würde dann könnte das direkt mit da rein gehen auf der Seite ich meine da muss ich den ganzen Spaß natürlich abreißen ok wir probieren das mal aus ob das funktioniert wie gut das funktioniert also wir haben jetzt mal fertig ja welchen reiße ich jetzt ab ich jetzt äh 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 mich ich ich gehe 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 ja oh perfekt wenn ich da drauf gehe geht ooo das ist super also mal folgendes geh weg und ich und ich ja wir müssen da den Spaß noch mal rausnehmen das ist jetzt ein bisschen Fruckelei das weiß ich macht mir aber gerade nichts weil der wird jetzt der wäre ja nicht angeschlossen wir sind nur so ausgesehen das wäre richtig übel gewesen weil ich dann nicht wieder nicht verstanden warum ähm aber dann können wir jetzt die nächsten daneben setzen und die machen wir genauso ähm machen einmal wenn es gebaut ist machen wir den Kollegen den Kollegen und den Kollegen weg dann haben wir uns dann hier noch die so jetzt wird der Spaß ja hier auf dieses Vorderband gehen und wir können dem nächsten nochmal eben hier hinter setzen so passt du du gehst da rein das heißt wir nehmen von der anderen Seite gleich die Ränder und lassen die hier rein gehen und wir nehmen dieses Band gehen damit hier hoch nehmen das ein bisschen und lassen sie da rein gehen ich meine wir hätten jetzt natürlich auch noch die drei hier hintersetzen können das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen ähm dann hätten wir hier nur noch drei gebraucht aber das ich weiß nicht das gefällt mir irgendwie nicht so die Nummer ähm wie sieht es denn bei dir aus du bist da mittig auf dem das heißt wir können dich auch sogar jetzt muss ich einfach gucken da muss mittig sein muss ja da auch mittig sein wie weit habe ich das auseinander so habe ich das mhm 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 ok zwei zweiten von dahinter sehr gut was uns jetzt noch fehlt und das ist dummerweise eine sehr große Zahl sind die äh hier verstärkten Eisenflatten davon brauchen wir ja 29 äh 27 27 ähm 27 ähm 23 genau 9 hätte ich auch drauf kommen können ähm das heißt wir brauchen 8 von der einen Seite 8 von der anderen Seite äh genau 4 von der einen Seite 5 von der anderen Seite nehmen wir die mit den Eingängen machen wir 5 von und ohne machen wir 4 von weiß einmal hier hin zack so jetzt kommen unsere 9 dabei auch raus wunderbar ähm das passt sogar das machen wir aber dann nachher wieder äh das ist der eher uninteressante Part so du kommst und gehst du kommst und gehst das ist das richtige Ding hallo ha danke zack und du ballerst da wunderbar rein wir haben eh nur 100 da gehen 780 drüber ist vollkommen egal ähm so so macht das Sinn was ich hier gerade ja macht das oder ja dann kann der so da dran das machen wir hier hinten auch ähm da basteln wir uns jetzt nicht noch extra irgendwie was dahin dass der äh äh das den Überlauf haben oder so das ist mir gerade ein bisschen nee da hin das ist mir ein bisschen zu viel so 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 auf der Seite haben wir auch nochmal den da dran und den da dran wunderbar so so jetzt müssen wir neun Stück wir wissen dass wir drei zusammen kriegen das heißt müssen wir drei Reihen machen was ist das ja drei Reihen oh dann wird das oh das geht immer weiter nach hinten raus ähm machen wir trotzdem jetzt keine Lust noch eine Etage höher oder mache ich eine Etage höher wenn ich nämlich noch eine Etage höher gehe dann könnte ich doch vielleicht auch gar keine so doofe Idee nein passt das hier mit der Höhe ja passt ähm wenn ich noch eine Etage höher gehe wir haben jetzt wir müssen damit eh weiter gehen ein ganzes Stück weiter ja wir machen hier einfach mal 20 hin so ich glaube wir machen hier ja ich glaube wir machen hier ja dann haben wir einfach 21 dann ist es einfacher vom Aufbauen her so geht nämlich auch hier schon wieder schön drüber ja wir können ja gucken ob wir die zwei nachher wieder weg machen müssen Hauptsache wir haben das jetzt einmal komplett durch hm so ja ich mache das einmal erst von vorne ähm ja ja ich werde das auf jeden Fall gleich fertig machen hier damit äh die Kollegen auch laufen und dann können wir äh in der nächsten Folge anfangen das da schon mal zu befüllen zwischen den Folgen werde ich dann immer äh weiter die Wände hochziehen ähm vor allem dass sie noch sowas machen wie äh decken einziehen wahrscheinlich werde ich auch äh gucken dass die ähm vielleicht dann auch noch ein paar von den Dinger setze also wenn ich ähm ähm da weitermachen dann mache ich natürlich so weiter dass das äh nicht allzu langweilig wird weil wir haben 30 Etagen zu füllen ähm selbst ich weiß nicht ob wir eine Etage pro Folge hinkriegen aber 30 Folgen wo ich einfach nur immer die Dinger setze ich glaube das wollt ihr nicht sehen ähm die Alternative wäre halt ich mache nur noch eine Folge pro Woche und mache dann so einen Zusammenschnitt das könnte man noch hinkriegen ähm ähm schreibt es nochmal in die Kommentare ob ihr lieber das sehen wollen würdet ne also die eine Folge ist quasi schon gesetzt dass ich äh ähm die Dinger da reinsetze ähm ähm in der ersten Etage aber ab dann quasi zu sagen komm ich mach freitags eine Folge und da kommt äh äh ja ähm dann wird ein Zusammenschnitt gemacht wie ich das Ding da fertig mache also wenn ihr dann eine Meinung zu habt gerne in die Kommentare gucke ich mir gerne an ähm ähm jetzt ist die Frage drehe ich hier den Spieß einfach um weil ich brauche das Zeug hier im Idealfall kommt es natürlich hier auf der Seite raus wie wäre es denn damit andererseits brauche ich auch Material von dieser Seite da oben rein also ist es vollkommen egal wir machen von dieser Seite rein hinten rum und dann können wir die Materialien die von unten kommen können wir von unten rein laufen lassen und die von oben können von oben rein laufen lassen geht doch auch ähm perfekt machen wir so gut dass wir drüber geredet haben danke schön ich freue mich immer über eure Meinung ähm ähm so wir haben gesagt wir wollen das Ding hier so stehen haben jetzt nur einen rein da ne genau ja so dann wollen wir das dahinter haben zwei drei vielleicht baue ich unten auch nochmal um dass wir doch einen Überlauf haben wäre vielleicht besser oder naja wir schauen mal wir schauen mal wie das hier auskommt ähm ich bin blöd ich hätte nicht so weit bauen müssen echt nicht so weit bauen müssen nein zurück so passt naja hallo warum kannst du nicht einfach dahinter ja da ein vor ein rüber fast ähm ich brauche jetzt nur noch ein bisschen die sind ja gar nicht so viel mehr wenn ich jetzt auf die Seite gehe wo ich quasi die gleiche Technik nochmal anwende die ich gerade angewendet habe was mir persönlich sehr gut gefällt und das ist eigentlich auch nicht so viel mehr das ist eigentlich ein sehr cleverer Move war ähm machen wir nämlich hier euch beide rein und euch beide und auf der anderen Seite oh jetzt jetzt ist die gute Frage setze ich den hier vorne hin die Kollegen so ja mach ich dann geht das halt da hinten rum muss ein bisschen ist ja kein Problem so ich hätte gerne dich weg dich weg dich weg du 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 wir dürfen unsere neun ja das passt doch alles äh gut äh zack die da rein perfekt so damit haben wir den Spaß erstmal soweit fertig muss natürlich nur eingestellt werden was wo gemacht werden muss und so ja das ist klar ähm da werde ich definitiv doch nochmal umbauen dass der hinten also der eine letzte da angeschlossen wird und dann äh überläuft hier hin aber das mache ich wie gesagt ohne euch braucht ihr euch nicht auch noch angucken ähm so das sind sind jetzt auch 29 ne nicht dass ich mich verzähle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 stimmt 27 sollte es sein passt alles gut ich bin wunderbar ja ich mache jetzt das anschließen ich sag mal das war für heute wenn ihr euch gefallen hat dann lasst mal so ein abo da kommentar nicht vergessen ne like nicht vergessen ähm okay das versuchen wir jetzt bin ich raus das machen wir nochmal ich sag mal das war für heute wenn ihr euch gefallen hat dann lasst mal so ein abo da ja blocke nicht vergessen moment da freue ich mich riesig drüber und einen Daumen nehme ich auf ich habe meinen Text vergessen ja wunderbar ähm und damit macht es gut Käffchen tschüss das ist der